Musik Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Paraphysiker, sprich eigentlich eher die Moderatorin, mit Paraphysikalischen Interessen, mit Paraphysikalischen Interessen. Ich bin auch sehr spirituell, aber für diejenigen, die mich schon kennen, es tut mir leid, ich konnte lange Zeit halt nicht mal online gehen. Ich habe immer noch schwere Probleme mit der Technik vor kurzem. Das werdet ihr mal nicht glauben, schmotten meine Kabeln. Das da ist jetzt halt mein Kabel für den Monitor. Schaut euch das mal an. Verkukelt. Kaputt. Ich bin sehr stark Merkur-lastig. Da ist noch ein Kabel, der kaputt gegangen ist von meinem Computer. Mal gucken. Seht ihr das? Das weiße hier. Und da unten auch diesen Strich dementsprechend. Heftig, gell? Kabelbrand. Ich könnte schier verzweifeln, dass Action zur Körperverletzung. Und weiß ich, was ist das? Ehrlich gesagt, berufsschädigend. Das ist wirklich so. Da braucht man wirklich einen Panzerhaut. Der Merkur liebt mich. Ja, ich hoffe, dass ihr natürlich halt dementsprechend halt ein bisschen Verständnis für mich auch in der Thematik habt. Man muss gucken, wie man da klarkommt. Das ist schwer. Ja, weil ich brauche den Computer nicht nur für paraphysikalischen Analysen oder für diese wissenschaftlichen Geschichten da in Bezug auf Paraphysik. Sondern ich brauche das auch natürlich für bürokratischen Geschichten. Oder geschweige denn halt ab, weil ich ja auch ein Buch schreiben wollte. Kann ich vergessen. Ja, so sieht's aus. Ich hatte nicht so lange meinen Computer. Also ich habe im Dezember 2019 mit dem Computer gekauft gehabt. Wer weiß. Ich hoffe, dass er noch funktioniert. Trotz diesem Kabelbrand. Ja, meine Lieben. Also, ich werde jetzt mal nicht so lange schwätzen. Einfach mal kurz mal erklären, was ich jetzt machen werde. Und zwar mache ich die Monatslegung vor allen Sternzeichen. Natürlich beginne ich heute wie immer mit dem Würdergeborenen und ende auch dann am Ende mit dem Fisch irgendwann. Immerwann. Und ich werde einfach als Frau deuten. Ja, egal ob jetzt halt irgendwie ein Mann zuschaut oder Frauen zuschaut. Ihr müsst das für euch umswitchen. Ihr wisst ja schon halt, was ich meine. Ich werde mit dem keltischen Kreuz einfach halt mal legen. Und ich werde, ja, wie gesagt, das so intuitiv deuten, was ich spüre. Eine spirituelle Sprache spricht mit mir und ich lasse mich einfach halt da hineinführen. In diese entsprechende Sprache, was es mir sagen möchte und was es hier geht. Ansonsten habe ich einen Tipp für euch. Ich werde demnächst gucken, dass ich ein Webinar euch anbiete. Für diejenigen, die gerne Karten legen, deuten lernen möchten oder verstehen lernen wollen. Zum Thema Tarot-Karten. Also nicht die Lenormor-Karten, sondern die Tarot-Karten. Werde ich gucken, dass ich im Herbst einen Webinar euch anbiete, dass ihr dann halt für teilnehmen könnt. Da ich nicht mehr in Deutschland lebe, sondern in Rumänien, sind bei mir die Gebühren nicht so hoch. Viele deutsche Esoterikerinnen verlangen extremst viele Gebühren für die Webinare. Und da ja Rumänien nicht so viele Steuern erwartet von den entsprechenden Firmen oder für die Self-Employment, was ich auch bin in der Thematik, zahle ich nicht so viele Steuern. Und dann dürft ihr natürlich jetzt halt auch wissen, dass ich halt nicht so überteuert bin in Bezug auf diesen Webinar. Ich habe einen deutschen Konto und habe auch einen rumänischen Konto. Wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich halt die Webinare buchen. Oder wenn ihr auch eine Privatlegung buchen möchtet, könnt ihr das natürlich auch gerne machen und könnt natürlich auch meinen deutschen Konto auch anwenden. In der Beschreibung findet ihr gerne auch mein deutschen Konto, mein rumänischen Konto und auch allerlei andere Daten. Wenn ihr gerne eine Privatberatung haben möchtet, könnt ihr mich dann persönlich halt im Facebook Messenger anschreiben unter Paraphysiker Universikum. Ja, jetzt wünsche ich euch natürlich halt eine spannende Belegung. Ich hoffe, dass es euch gefallen wird. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte vergesst halt nicht zu liken und vielleicht auch sogar noch meinen Kanal zu abonnieren. Also, bis dann! Also, ich liege vorwiegend mit den Orakelkarten von Doran Virtue, das Engel der Liebe Orakel aus dem Alegria Verlag, mit den After Tarot Cards aus dem Los Carabillos Verlag, von Diodo Marchetti Grinevavio Lenormo Karten aus dem Königsfurt Orakel Verlag sowie auch die Kepa Karten von Diodo Marchetti, Königsfurt Orakel Verlag und die Lenormo Karten Blaue Eule von dem Königsfurt Orakel Verlag. Wenn du noch mehr erfahren willst über meine Tätigkeit oder über alles mögliche was mit Paraphysik zu tun hat oder halt auch mit spirituellen Dingen kannst du natürlich auch gerne mich auf Facebook halt besuchen unter Universikum Paraphysiker Gerne kannst du auch eine Beratung bei mir buchen und ja, immer schön auf dem Laufenden halten, denn ich bin ein bisschen vielfältig als alle anderen Wenn du gerne für den Weltfrieden etwas Schönes tun willst, kannst du gerne halt auf meiner Seite in Spreadshirt.de auch dir einen T-Shirt bestellen Peace and Freedom No War, More Just Peace Eine Friedensbotschaft von mir direkt für euch Ihr könnt natürlich auch gerne auch andere T-Shirts euch halt natürlich holen Es gibt es auch für Frauen wie halt für die mehr Hier ist mein Spreadshirt Nummer die 1189 783 die 44 Aber auch noch verschiedenste Motiven auch natürlich für die Frauen gibt es natürlich halt auch die Hoodies mit dieser Friedenstaube die ich gestaltet hatte für einen Weltfrieden Die gibt es in verschiedensten Varianten Ich habe auch diese wunderschöne T-Shirt gestaltet gehabt Peace and Freedom from all around the world No War More Just Peace mit unserer Weltkugel Auch für die Männer habe ich auch eine nette Dame und zwar auch genau die gleiche Botschaft mit Peace and Freedom all around the world Ja, also ihr habt die Möglichkeiten T-Shirts von 19,99 Euro zu erwerben oder die Hoodies für 35,99 Euro oder sogar halt für die Männer entsprechende T-Shirts von 29,99 Euro und ja also ich habe ja nicht nur halt die Friedenstaube für die Hoodies ich habe sie dir gesagt halt Hallo mein lieber Widdergeborener hier ist für den Monat August deine Legung Also ich werde einfach halt mal mit den Aftertired Cards von den verlangt Los Calderbios einfach mal beginnen mit dem Mischen und da einfach mal den keltischen Kreuz anwenden wobei man natürlich auch andere Legungen nutzen kann aber für die Auge in mein Legungen denke ich einfach halt weil reicht ja auch da keltische Kreuz und ähm ich versuche ein bisschen schneller zu sein damit ich nicht so viele Minuten verliere bitte lasst euch eine Störung wegen dem öffentlich Fenster ich habe den Ventilator im Kinderzimmer aufgebaut gehabt in meinem Sohn und ähm ja das wird jetzt alles mögliche sein also jetzt Büro, Finanzen, Karriere, Unterhalte für Singles für Paare das ist eine Allgemeinübersicht halt ich überlasse es dem Universum was das Universum ähm den wiedergeboren sagen möchte die hier in meinem Kanal zuschauen ich deute als Frau lasst euch bitte halt nicht irritieren ähm ihr müsst es für euch umswitchen lieber ähm ansonsten wie gesagt also mir ist es egal ob du jetzt schwul das besprichst je nachdem es ist nur wichtig dass du hier als Mensch magierst was du denkst für deinen Geist und für deine Seele so jetzt ist Universum die werden dann noch auch aus der Geräte geschlossen werden so hier wird es mhm hier wird keine Prüfung wird nicht bestanden man wird sich Mühe geben. Auf jeden Fall wird man nochmal von der Phobie-Perspektive sich irgendetwas betrachten. Man möchte Klarheit bringen. Auf jeden Fall geht es ja auch um Gerechtigkeit. Vielleicht hast du das mit dem Löwengeborenen zu tun. Oder du kämpfst halt irgendwie. Es kann sein, dass du vielleicht ein Azubi bist. Ja, vielleicht machst du eine Leere und kämpfst wie eine Verrückte, dass du irgendwie deine Prüfung bestehst. Oder du hast Angst, dass du halt irgendwie die Prüfung nicht bestehnen könntest. Ja, hier wieder. Kelch. Ich bin auf die Gefühle gedauert. Oh, ok. Dann Stopp spüre ich. Ich tue klassisch liegen. In der ersten Position. Also zweiter auch. Um das es allgemein geht. Das, was dir bewusst ist. Das, was dir unbewusst ist. Was in der jüngsten Vergangenheit war. Was in Zukunft auf dich zukommen könnte. Das könntest du sein. Das könnte dein Gegenüber sein. Deine Hoffnung, Wünsche und Ängste. Und dann die Quintese. Und da kommt halt noch eins raus. Ich würde es mal einfach mal mit integrieren. Das ist aber auf der Kopflage. Man möchte nicht mehr kämpfen. Man möchte so gut wie aufgeben. Das ist die allgemeine Energie bei dir. Ich weiß nicht. Vielleicht hättest du halt mit jemandem ziemlich viel Zank. Oder du hast um was gekämpft gehabt, was dir sehr viel wert war. So, jetzt wollen wir mal gucken. Wir haben einmal Judgment and Justice. Ja gut, ich weiß jetzt nicht. Also es kann sein, dass du es hier mit jemandem zu tun hast. Oder es könntest du auch sein, der vielleicht halt ein Verfahren am Laufen hat. und dieser Verfahren wird ein Ende geben. Es kann aber auch sein, dass es hier darum geht, dass du jemanden kennst, aus dem Familienkreis, der vielleicht halt, ja, vom Gericht stehen wird. Oder du wirst vielleicht vom Gericht stehen und du hast ein bisschen Angst, wahrscheinlich, dass du kriminalisiert werden könntest oder dass du halt vielleicht ins Gefängnis kommen könntest. aber das wird so nicht sein. Es kann aber auch sein, dass ein alter Fall aufgerollt wird in deinem Falle. Und da wird halt nochmal juristisch drüber geschaut, wie man das halt also herwerben kann. Justice heißt, Gericht und Judgment eigentlich sogar gut wie ähnlich, ja, Justice oder Judgment. Das ist beides. Das sind Karma-Karten, doppelte Karma-Energie. Du wirst auf jeden Fall aufhören, zu kämpfen für irgendetwas, ja. Ich weiß jetzt natürlich halt nicht, was du gemacht hast, ja, oder dein Gegenüber. Kann sein, dass irgendein Geheimnis dahinter stecken könnte, dass jetzt halt irgendwie der Fall neu aufgerollt werden sollte. Oder gilt auch vielleicht für dein Gegenüber. Was ist dir denn bewusst für den August? Dass du eine Nachricht bekommen wirst, ja. Jemand macht sich auf den Weg oder du machst dich auf den Weg, ja, und du guckst zu mich halt oder dein Gegenüber, ja, so grimmelig. So, ich weiß nicht. Ich hab kein gutes Gefühl. Es kann sein, dass du ein komisches Bauchgefühl hast und auch so traurig bist, weil es ein Never-Ending-Story ist, ja. Ja, wie Young und Young, ja. Es dreht sich halt wie im Kreis, ne. Der Tafelskreis lauft niemals auf. Weil hier unten steht Justice und hier oben steht Judgment, ja. Eigentlich wiederholen sich die zwei Kartenkomponenten und Page der Stäbe, ja, es steht halt für junge Menschen. Vielleicht hast du es mit einem jungen Menschen zu tun, der so ein bisschen halt naiv ist und nicht weiß, wo er hingehen soll. Und, ja, du wirst auf jeden Fall halt eine Nachricht erhalten. Und ich hab ja die, was dir unbewusst ist, ist, dass du in die Heilung gehen wirst. Und das sieht schon mal sehr gut aus. Das ist schon mal eine sehr positive Karte. Und du wirst Erfolg mit damit haben, weil das ist das pure Erfolg. Und das ist dir nicht bewusst. So, das ist dir bewusst, ja, dass du wieder halt irgendwie, ja, keine Lust mehr. Das nervt. Ich hab keine Lust mehr, dass immer wieder das Gleiche halt durchzugrauen vor dem Gericht. Und was dir unbewusst ist, aber das sagt vielleicht sogar auch dein Bauchgefühl, dass du gewinnen wirst, ja, weil ich hab hier die Sterbencard, steht auch für Wassermann übrigens, ja, und Wassermann, egal, ob es jetzt halt Zwilling, Barge oder Wassermann ist, das sind halt juristische Energien normalerweise, aber das ist ja eine heilende Energie, was du hier siehst. Und, ja, also du wirst auf jeden Fall Erfolg haben. Jetzt wollen wir gucken, was die jüngsten Vergangenheit war. du hast aufgegeben gehabt zu kämpfen, du hast sehr hart gekämpft gehabt. Ich weiß es nicht, ob es jetzt um eine Liebe ging oder ob um eine Ausbildungsstelle oder vielleicht hattest du Zank mit irgendeinem Personen in deinem Freundeskreis oder in deinem Familienkreis. Ja, und du bist einfach zu müde, um noch weiter zu kämpfen. Es könnte halt auch so weit gegangen sein, dass du gesagt hast, ich muss aufhören, mal sonst zerbreche ich oder gehe ich kaputt. Was jetzt auf dich zukommen wird, ja, du wirst kampfberat sein müssen, ja, aber juristisch natürlich. Jetzt nicht halt irgendwie, dass du jetzt halt irgendwie mit verbale Bomben werfen wirst oder wie nachdem. Man wird dir auch raten, ein bisschen cool down zu sein, den Ball flach zu halten. Ja, es kann auch sein, dass du einen Rechtsanwalt halt irgendwie hast, der das dir dann auch sagen wird. Es kann sein, dass du hier sehr wirklich sehr starke juristische Themen hast, wie ich das hier so betrachte. Natürlich weiß ich es immer noch nicht halt, also was jetzt halt wirklich passiert ist, aber irgendetwas gravierendes muss ja gewesen sein. So, also das bist du und du wolltest an irgendetwas arbeiten. und die Acht der Münzen steht leider auf der Kopflage. Normalerweise so würden wir sagen, okay, man arbeitet an irgendeinem Skulptur, damit man damit Geld machen kann. Man ist produktiv, man ist fleißig und hier ist das das Gegenteil. Das kannst du sein oder dein Gegenüber. Ich kann nicht sagen, wo du jetzt halt liegst, weißt du, weil das sind ja allgemeine Energien aus dem Kollektiven und kann aber auch sein, dass es hier in Bezug auf die gesundheitlichen Geschichten geht, weil wir haben ja auch die Gesundheitskarte oder halt auch die Erholungskarte. Vielleicht hast du eine Krankheit und du hast dran gekämpft gehabt. Vielleicht gab es da halt auch Schwierigkeiten, Komplikationen in der Operation. Der Arzt hat dich geschädigt gehabt und dann ziehst du ihm vor das Gericht und du möchtest einfach halt nur, dass es halt gut vorwärts geht. Die Kraft steht auf der Kopflage. Also das ist dein Gegenüber. Ja, es kann gut sein halt, dass er ja oder sie auch ziemlich kraftlos ist. Das widerspiegelt auch wieder diese Karte hier einerseits, ja. Also, man kann eigentlich gar nicht mehr mehr kämpfen, ja. Man möchte eigentlich Frieden finden und dein Gegenüber hat die Kraft überhaupt nicht mehr. Knockdown. Ja. So. Familienthemen. Deine Hoffnung ist, dass also die 10. Kälte ist es auch eine Familienkarte, eine Freudenkarte eigentlich. auch, ja. Dass man halt mit der Familie zusammenkommen kann, dass man miteinander feiern kann und deine Hoffnung ist auf jeden Fall, dass du halt deine Familie bald auch wieder in den Armen nehmen kannst. Es kann sein, dass du halt nicht bei deiner Familie lebst oder dass du halt irgendwie nicht bei deinen Eltern nicht bei deinen Eltern wenn du in der Nähe lebst. Vielleicht hast du auch eine Frau oder einen Mann und hast Kinder mit ihm oder mit ihr und du möchtest gerne halt irgendwie wieder mit ihnen zusammen sein. Das ist ja auch deine Hoffnung, ja. Dass du deine Kinder nicht verlierst, dass du, hier habe ich Sterne, ich kriege reflektiert Sterne. Das wird in die Erheilung gehen. Also das ist auch dein größter Wunsch im Grunde genommen. Auch wenn sie auf der Kopflage liegt. Ja. Es kann aber auch sein, dass es hier ein Schadungsprozess ist, weil ich habe hier die Familienkarte. Vielleicht liegt hier eine Trennung vor und du trennst dich ja von einem geliebten Mann. Aber ich habe hier sehr viele Männerkarten, also Männerpersonen. Es kann sein, dass du hier bist als Frau und er ist hier unten. Und vielleicht hat er sich ja gar nicht um die Familie gekümmert gehabt. Wesentlich du halt mehr und deswegen hast du auch nicht mehr die Energie vielleicht. Ja, wir wissen es noch nicht, wenn er prozentigt. So. Oh je. Also die Quintese sagt natürlich aus, es wird einem am Ende August ein Riesengemetzel geben. Ja. Aber das sieht gar nicht gut aus. Das wird richtig einen böser Kampf geben. Und natürlich wirst du dann halt auch nochmal reflektieren. Ich habe so die Schnauze voll. Ich möchte mit dir mein Leben nicht mehr teilen. Gehe weg dahin, wo da die Sintflut ist oder je nachdem. Also. Es kann sein, dass du in einer Trennungssituation bist, ein Entscheidungsverfahren und hier herrscht ein Rosenkrieg. Und ich versuche natürlich halt irgendwie vom Gericht, das halt so irgendwie souverän wie möglich, das halt hier irgendwie zu lösen. Aber es war schier wie unmöglich. Am Ende brudeln dann halt doch noch die Emotionen. die war wiedergeboren. Ich weiß jetzt natürlich halt nicht, ob das was mit damit zu tun hat, von den letzten Malen, wie ich halt schon am Anfang in diesem Jahr schon die Karten gelegt hatte, weil für euch wieder war es immer sehr auffällig, dass immer mal wieder auch Dualseelenprozesse dabei waren. Das sieht schon fast ein bisschen halt aus, wie als ob da eine Person von euch, die in einem Dualseelenprozess ist oder war, gerade in einem Entscheidungsverfahren ist. Und das sieht fast schon ein bisschen damit aus. Ich kriege das auch signalisiert, aber ich bin mir nicht sicher. Jetzt mal die gelegten Revierkarten von Giro Marchetti vom Königsfurt-Oraner-Verlag. Ich will das hier mal wissen. Was ist denn da passiert? Das ist eine Lase. Das wird mir jetzt modern rausfallen. Gespräche über Sexualität. Ja, es geht um eine Affäre. Also, man wird auf jeden Fall über eine Affäre reden. Hier geht es um eine Frau. Kann sein, dass diese Frau eine blondhaarige Person ist. Und es kann sein, dass es ja auch um Alimente gehen könnte vielleicht. Es kann sein, dass man hier auch um einen Sorgestreit hier kämpfen tut, wegen einem Kind. Natürlich habe ich jetzt hier keine Kinderkarte, aber das ist auch eine Familienkarte. Es muss nicht immer nur Sexualität sein bei den Geiligen. Und wenn es jetzt bei einem Schadungsprozess hier der Fall wäre, dass man sich da halt irgendwie scheiden lassen möchte, wegen einer Sache, wegen einer Affäre. Und wenn da noch ein Kind mit im Spiel ist, weil da aus dieser Affäre ein Kind entstanden ist, dann dementsprechend wird aufgrund des Allversuchtes ein Riesenstreit, ein Riesenkampf stattfinden. Ich weiß jetzt natürlich halt nicht, ob das jetzt hier bei dir der Fall ist, aber ich sehe eher, dass hier eine Frau vor das Gericht reden wird, um sich scheiden lassen zu wollen. Hier geht es nicht mehr um einen Mann, hier geht es um eine Frau, die sich scheiden lassen möchte. Ich danke. So. Na gut. Also, dann wollen wir mal von Dorn Virtue nachhaltig das Engel der Liebe-Orakel nehmen, aus dem Punkt, äh, Migria-Verlag. Das ist in die Wiese. Der klippt schon anders. Die Chemie stimmt. Ja, an sich stimmt ja die Chemie bei dir. Ja, du hast schon das Gefühl, dass ihr ihm zueinander passend tut. Aber irgendwie stimmt trotzdem das nicht. Also, es kann gut sein, dass er Sexprobleme hat, sexsüchtig ist. Wenn er sich identifiziert hat durch Sex, das kann auch gut sein. Vielleicht braucht er Bestätigung. Kann gut sein. Achte auf die Warnsignale. Die Zeichen warnen dich. Ja, das ist eine Herausforderung. Also, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Kraft und viel, viel Energie. Wenn wir mal gucken, halt, was dann im September kommen wird in der nächsten Zeit. Und, ja, mal gucken. Also, ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen August 2020, lieber Wörtergeborene. Und, wenn du Interesse hast, kannst du gerne halt meinen Kanal abonnieren. Kannst du gerne liken. Bitte weg ist aber da nicht da drüben, halt noch halb die Glocke zu drücken, damit du immer schon informiert wirst. Also, bis dann. Eure Universikum Paraphysik. Bis dann. Ciao. Vielen Dank.